Hallo, das bin ich. Ich heiße Reden. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich habe blaue Augen und lange Haare. Ich bin sehr sportlich, musikalisch und jung. Das ist Chandler. Sie ist meine Schwester. Sie ist Akson. Sie hat braune Augen und lange Haare. Sie ist kontaktfreudig, lustig und klug. Das ist Ellen. Sie ist meine Schwester. Sie ist 21. Sie hat lange Haare und braune Augen. Sie ist tierlich, groß und fröhlich. Das ist meine Mutti. Sie heißt Cindy. Sie hat lange Haare und braune Augen. Sie ist sympathisch, intelligent und tierlieb. Das ist mein Vater. Er heißt Merle. Er hat kurze Haare und blaue Augen. Er ist fleißig, interessant und ernst. Ich habe zwei Hunde. Meine Hunde heißen Delta und Henry. Delta ist ein Mädchen und Henry ist ein Junge. Delta hat schwarze Haare und braune Augen. Sie hat lange Haare. Sie ist drei Jahre alt. Sie ist fröhlich, freundlich und lustig. Henry hat braune Haare und kürze Haare. Er hat braune Augen. Er ist vier Jahre alt. Er ist brav, duf. Das ist mein Vater. Der führt tiefen Haare und editions��. Er hat� investigación. Mit wie vielosity geht bei dir? Ich glaube es 여기까지. Er ist ein Jesus und hat mich ein piel itinerário. Ich glaube. Ich habe ihn schwarze Haare. Und bin ich schon seitdem, Wenn eigentlich sweaty ist.